Musik 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 So, und ich hier herausforderte, wie schon gesagt, jedenfalls aus Berlin und zwar aus dem Mai Teil Neukölln, Begrüßen wir in der roten Ecke, Jennifer Riebe! Applaus 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 Vielen Dank. 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 Ja. Oi. 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 Der kommt auf Arbeiten! Applaus 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 Ein sehr guter Verteidigungsgerät auf der blauen Seite, Ellbogen, Thiel und so weiter, aufgehend. Und die Entscheidung der Rappereys ist, dass es sich hier mal in das Blitzeschen-Handel verteilt. Es ist ein Bürger-Dreistand. Vielen Dank. Vielen Dank.